Alle Spiele der Telekom WBL. Nur hier. Und hier. Und hier auch. Und hier ganz besonders. Nur hier auf Telekom Basketball. Jetzt mit NBA und Berlin. Doch, der MBC, die setzten hinterher. Erst der Stil von Gisauskas und dann was für eine Aktion. Die Defensivaktion dieses Spiels. Erst der Block von Marcus Hatton und dann ist er auch wieder da mit den schnellen Händen.